hallo und herzlich willkommen zurück hier auf diesem kanal ja heute mal mit was ganz anderem mit dem supermarkt simulator genau und ja ihr seht wir haben hier kleines sortiment aufgebaut ja haben ein bisschen was auf lager geld haben wir gar keins mehr ich weiß jetzt nicht woran das liegt was ich mir da gegönnt habe ich habe scheinbar den laden vergrößert und dafür sind unsere reserven drauf gegangen wie es aussieht okay gut alles klar dann wissen wir immerhin wo die kohle hin ist wissen wir das schon mal ich habe hier gerade nachgefüllt und schauen wir mal was der tag so bringt wer mag denn hier mal reinschauen geht das noch kundschaft fast geschafft hallo 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 schönen guten tag wir sind an der kasse wir sind ready hallo die dame das darf sein ja gute auswahl gute auswahl liegt natürlich auch mehr am laden als an ihn so 299 konnte kein kaffee finden ich habe kein geld für kaffee wenn sie kaffee wollen dann verpissen sie sich in einen anderen laden glaubt es hackt junger und verschämt hier reinkommen so eine unfassbar nette bedienung bekommen aber dann noch meckern können sich leider nicht drucken oh kundschaft hallo was darf sein hier einmal mit karte sehr schön das sind 10 30 danke auf wiedersehen verziehen sie sich alle hallo so hier einmal mit bar ok das sind dann 5 1 2 3 und 70 habe ich das nochmal weggegeben ach so leertaste konnte kein kaffee finden na klar in der büchse nudeln kommt der typ hier an naja wenn es denn so gefällt ne ich glaube wird das let's play könnte ich mich ein bisschen mehr in den vordergrund spielen ok ja ach nur weil ich doch nicht eingerastet war in die kasse ich war ja vor ort kein käse wir haben kein geld für käse bist du wohl in die jagd oder was 60 1 2 3 4 5 6 öh ja 2 mal hat jemand einen flutschigen nachmittag vor sich ja haha schlaminer so 70 80 dann verziehen sie sich keine wasserflaschen ja hallo oh sie haben einen großen einkauf vor sich hier sehr gut das bringt kohle in die bude kein käse ja ja ich weiß dann brauchen wir noch einmal nudeln ich würde zweimal kaffee nehmen schau muss frühstück lebt auf schmalem fuß die dame ja wie wir hier die preise gerade gestaltet haben das können wir uns ja dann mal angucken ja ich würde die kohle alle gut schau ja ja ok unsere lieferung Ok, ist leer Ja Hallo Oh, schön großer Einkauf So lohnt es sich, ne? Ja, jawoll Keine Eier Ob man noch bestellen kann, ne? Kleinen Moment, ich muss erstmal die Preise festlegen Hallo Ja, die Karte nehme ich gern Auf Wiedersehen Äh, da haben wir Minus gemacht, ne? Du, du, du 30, 9, der Herr, tschau Äh, 1, 2, 3 und 50 und tschau Okay Genau, das haben wir jetzt eingestellt Äh, was denn hier noch Käse? Da Wer nimm's Käse, du Arsch Äh, 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 warum macht der das jetzt hier nicht so? Mal passen wir uns an den Markt an, würde ich mal sagen Ich werde auf keinen Fall das hier rumhüllt Das ist zu teuer ist Habe ich gar keinen Bock drauf 80 Cent der Herr Auf Wiedersehen 30 Cent der Herr Auf Wiedersehen Mit Karte So lobe ich's mir Äh, tschüss Ah, das Mehl ist alle Okay 27,5 Auf Wiedersehen Oha Jetzt weiß ich, wer hier das letzte Mehl getakt hat Äh, ah, passend Sehr schön So lobe ich's mir Oh, ich wollen die kein Mehl Möchte ich noch Mehl? Ich hab noch Mehl Wollte schon sagen Ja, ja Lala Hallo Einmal hier das Zeug Ja, bitte gerne Oha Das ist nochmal ein Großeinkäufer hier unterwegs So lobe ich's mir Auf die späte Stunde Alles klar Was? Lass auflaufen Ja, ja Nee Die gibt's halt nicht mehr Ist auch mal gut jetzt Bup, 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 bup Hallo Oh, noch Ah, die Ah, die ölige Tante hier Hatten wir doch heute schon mal so einen Hehehe Ja, viel Spaß, ne? Hehehe Äh Bup, 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 bup Da sind wir unterwegs Volle Kanne Oh, hier wird auch nachgereicht Okay Immer noch Öl Und war's dann auch schon wieder Interessant Hm Hm Ja gut, ne? Hm Ich hätte eigentlich ganz gerne Die Milch doch weiter oben, glaube ich Genau Ich hab' ich so ne Box nicht mehr, ne? Na ja Okay Kartons müssen gleich sein Hey Nein, da ist noch eine Milch drin Leck mich Och, nö Das macht mich jetzt fertig So ein bisschen Ich hab' ich ja noch mal Ich hab' ich ja noch mal Ich hab' ich ja noch mal das ist jetzt doof aber gut jetzt nicht machen wir brauchen von allem was gut dann würde ich die nach bänden produkte nicht gefunden 14 das ist heftig auch Mensch, Mensch, Mensch. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen häufiger nach den Preisen gucken. Ach du Kacke. Guck mal. Guck mal an. Da haben wir aber ordentlich unter dem Marktpreis verkauft. Na ja. So, wenn da unten einer die Milch wegschnappuliert, dann müssen wir da unbedingt zuschlagen. La la la. Ach du Scheiße. So, Eier oben bin ich eigentlich Fan von. Auch wenn es noch geiler wäre mit Käse oben, dann Eier, dann Milch, dann Wasser. Das wäre so der Dream. Glaube ich. Ja, für mich persönlich auf jeden Fall. Ah! Pass doch auf! Meine Waren! Frechheit. Der Kuh ist da über unsere Dinger drüber. Katze, er hat eine Schweinerei, Junge. Okay. Das Brut. Das Öl. Hier haben wir Noodles. Okay. Ich hab mal hier. Kaffee-Gedöns. Ich hab mal jetzt zweimal oder was? Nee, das war Käse. Ah. Na gut. Machen wir da noch Käse rein? Das sieht dann doof aus eigentlich, ne? Machen wir mal nicht. So. Machen wir mal nicht. Lass uns das nicht tun. Okay. Hm. Hat mir nicht noch Tee dazu genommen? Ach, hier hat man noch Mehl, guck an. Können wir hier den Mehl erstmal rausnehmen? Susu, auf jeden Fall noch eine Packung. Wenn wir erstmal den sparsam machen, dann nehmen wir jetzt nur Susu und Tee. Alter, ist Tee teuer. Krass. Krass, wie teuer Tee ist, ey. Wirklich lohnt sich das wenigstens. Naja. Hm. Weiß nicht, wie krass da der Profit ist jetzt. Kann mir jetzt nicht so bewegen vor, sag ich mal. Aber gut. Eigentlich noch eine Packung Nudels, ne? Ja, Nudels und Öl. Hm. Kann uns nicht leisten. Machen wir dann, wenn der Laden offen hat, würde ich sagen. Und deshalb machen wir auch auf. Abgehen. Äh. Nein. Ich bin runtergefallen. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe das Spiel zuerst bei Gronkh gesehen. Daher kam ich drauf. Ich meine, ist ja auch nicht schlimm, ne? Wie soll man sonst Spiele kennenlernen, wenn nicht von anderen Leuten? Was ist das für eine Scheiße? Welcher Preis ist da nicht angepasst? Ja. Fuck. Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Ja, ich komme sofort. Hallo. Was darf sein? Aha. Ja, natürlich. Sie wollen Wechselgeld bis zum Kotzen. Auf Wiedersehen Er hat eine Packung Mehl Eine ganze hat er genommen Eine ganze Packung Mehl Ist ja insane der Dude So hier war noch Noodles Okay Das passt doch so Nimm unten die Milch weg Na du Arschloch Aber schönen großen Einkauf hast du den gemacht Das hier fehlt mir gut Bin ich ehrlich Nimm doch unten die Milch weg Mann Nimm die Milch mit Ja Entschuldigung Bin ja da Ciao Das hier hat Durst Der Durstige Die Durstige 420 Auf Wiedersehen Hallo Herzlich Alter Hä Das ist nicht 4 Auf Wiedersehen Ach Die Milch nicht weggenommen Mann Nimm die Milch So ein Neck Wir können ja schon mal anfangen Nachschub zu ordnen Einfach Von allem Eins 200 brauchen wir da bis jetzt Ja Passend Sehr schön So lobe ich es mir Woher Sie mag Ihr Schokoflakes Mit Wasser Wotter Pack Sehr schön Zahlen alle Passend So lobe ich es mir auch Mensch Geil auch Schейств alter alles passend zahle heute die milch mit die milch mit die da die werden wir nicht los leute werden diese milch nicht los als halt auch passend ist ja heftig hallo eine packung mehl eine ganze ja krass übernehmen sie sich nur nicht hallo ist das wiedersehen schönen tag noch ist das der die eine flasche wasser ja klar bitteschön wenn das maximale hier erreicht ja hallo hier bitte hier gelten sich gerne 12 auf wiedersehen möchte vielleicht auch mein lämmchen da wird um voll die rechnungen zu begleichen dann habe ich die denn vergessen überhaupt noch markteinkauf leisten ja wird schon sie kommen genau richtig mit dem großeinkauf jetzt gibt es morgen kein nachschub dann sieht es ja aus wie der ddr ist doch bescheid wir haben damals auch alles was wir gebraucht haben ja natürlich ich auch so könnten auch reichen bis wir feiern machen müssen ja klar wir sehen heurika ausschnitt jungen das macht dann 29 40 bitte danke auf wiedersehen tschüss 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 hallo ok alles klar machen wir morgen das ok dann können wir jetzt noch die rest hier wegräumen oder einräumen und dann ja kommen sie ran können sie rausschauen hallo 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 ein zweimal zweimal die susu milk alles klar zack 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 auf wiedersehen so naja können wir hier closet machen ja wunderbar dann können wir es doch schon fast so anordnen wie wir wollten öelige öl sardine so dann haben wir hier trockenes sehr trockenes trockenmehl wir brauchen um die neue lampe ne das ist schon ein bisschen bisschen sehr doos da ne hier haben wir water perfekt hey Nein! Okay. Wie immer so einen Kobe-Bride-Move machen, aber wird aber nix. Ah, jawoll. Alles klar, Leute. Ja, nächste Folge, nächster Tag. Bis dahin, bleibt dran. Checkt die anderen Playlists und Videos aus. Lasst ein Like, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal hier im Supermarkt. Bis dahin. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen und gehabt euch wohl. Und kauft nur bei mir.